Sehr enttäuscht, ja. Besonders wir Spieler sind mehr als unzufrieden darüber, wie wir gespielt haben. Wir wussten aber auch, dass wenn wir schlecht spielen, dass es dann richtig hart werden wird. Und so kam es dann auch. Der DFB-Pokal ist hier in Deutschland ein wichtiges Turnier und wir wollten weit kommen. Doch nun sind wir draußen. Für Lotte war es ein Heimspiel. Wir wussten, dass sie alles Mögliche tun würden, um uns aus unserem Rhythmus zu bringen. Und das hat auch geklappt. Wir haben nichts dagegen getan. Deswegen haben wir verloren. Wir hätten uns mehr konzentrieren müssen und ruhiger bleiben müssen. Dann hätten wir ausgleichen können. Ich verstehe, dass die Fans frustriert sind. Aber das Wichtigste ist doch jetzt, dass wir geschlossen zusammenstehen, um uns dann gemeinsam da wieder rauszuholen. Wir haben schlecht gespielt und jetzt müssen wir am Freitag zeigen, dass wir es besser können.